Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, wir begrüßen einen weiteren Neuzugang hier beim 1. FC Magdeburg, Alexander Bittroff. Heute ist es offiziell geworden. Alex, wie froh bist du jetzt hier beim 1. FC Magdeburg gelandet zu sein? Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Das ist hinten raus, war es natürlich ein bisschen eng von der Transferzeit, aber ich war ja vertragslos. Von daher hatten wir da ein bisschen mehr Zeit. Ich habe gestern ordentlich trainiert und freue mich jetzt hier zu sein. Nun bist du gerade frisch in die Kabine gekommen, hast die erste Trainingseinheit bereits absolviert, hast auch schon das erste Fotoshooting hinter dich gebracht. Erzähl mal, wie ist dein erster Eindruck vom Umfeld? Positiv. Der Verein ist gut aufgestellt, die Strukturen passen intern. Die Bedingungen sind hervorragend für mich und von daher freue ich mich sehr auf die kommende Saison. Du bist schon ein erfahrener Spieler, mehrere Stationen liegen schon hinter dir, ordentlich Erfahrungen gesammelt. Wo siehst du deine Rolle hier im Team? Also erstmal möchte ich der Mannschaft helfen, weiterhelfen, gerade was im Defensivbereich ist. Da bin ich relativ flexibel einsetzbar. Ja, und dann schaue ich mal, wo der Trainer mich aktuell sieht und wo ich dann der Mannschaft am besten helfen kann. Da du ja ein erfahrener Spieler bist, warst du auch schon ein paar Mal als Gast hier in Magdeburg. Was hast du für Erinnerungen an den Vereinen, an die Fans? Wie sieht es da aus und weckt das auch gewisse Vorfreude? Es weckt auf jeden Fall Vorfreude. Also jedes Mal, wenn ich hier gespielt habe, war hier die Hölle los. Ob es mit Cottbus war, ob es mit Chemnitz war, gerade die Derbys, die waren sehr, sehr heiß, muss man sagen, von der Stimmung her. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier ein Teil davon sein kann und freue mich auch sehr, mit den Fans Rücken spielen zu dürfen. Alex, wir freuen uns auf dich, auf deine Einsätze und alles Gute. Ja, danke.